Hallo, ich bin Engelbert, besser bekannt als Hauspolizei, Engelbert, ja, Prost. Ich grüße mal alle, die ganze Welt, Österreich, Deutschland, ever, und die Larissa, die hat einen riesen Hype ausgelöst, so meine Persönlichkeit, ja, ich kann überhaupt nicht mehr auf den Rasen gehe, kehren, überall Kamerateams, Fotografen, alle wollen Fotos von mir mit meiner Flasche, ja. Ich habe jetzt auch schon einen Manager und einen Double, ja, einen Double, den schicke ich raus auf den Brasen, die Soldaten machen, ja. Ich gehe nicht immer raus, ja. Und ich habe jetzt auch eine große Weiße-Emusine bestellt. Und da gehe ich rein, und da kann ich in Ruhe trinken, und ein bisschen kehren, ja. Die sind alle ganz verrückt hier im Sand. Dings da, ja, Kastan, ja, kehren, da. Und, ja, wir wollen ja einen Zettel auf mein Hemd kleben, mit der Werbung. Wir wollen einen Werbespot machen, ja. Und, ja, was ist denn so, ich, ja, Chef, ich komme ja gleich mal, ich meine. Ja, oder willst du watschen mit dem Besen, Besen watschen, oder was, oder? Wollen wir mal Pieseln gehen, Leute? Oh, Pater. Oh, Pieseln. Oh, Pieseln. Oh, Pieseln. Oh, Pieseln. Oh, Pieseln. Oh, Pieseln. Untertitelung des ZDF, 2020